Maria Elose Gui ist die Beste, findet sie selbst, ich habe gewöhnlich einen besseren Lebenslauf als meine konkurrierenden männlichen Kollegen, sagte sie in einem Interview, das die spanische Zeitung El Pais am Freitag veröffentlichte. Nein, sie sei keine Quotenfrau, aber wenn man sie so nennen wolle, habe sie auch nichts dagegen. Elose Gui ist in dieser Woche von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zur Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gewählt worden, wobei sie zwei Männer ausstach. Eine Frau am Männerdominierten Menschenrechtsgerichtshof, das kam in Spanien als gute Nachricht an, bis die linken Netzzeitung El Diario.es den Lebenslauf von Elose Gui mal genauer unter die Lupen nahm, und überraschende Dinge zum Vorschein brachte. Die 60-jährige Elose Gui ist Professorin für Rechtsphilosophie an der Universität Zaragoza, aus Gründen, die nur ihr bekannt sind, hat sie sich immer wieder mit der menschlichen Sexualität befasst, und ist dabei zu einem bemerkenswerten Schluss gekommen, wer sein sexuelles Verhalten im Einklang, mit seinem biologischen Geschlecht aufbaut und verwirklicht, entwickelt einen ausgewogenen und gesunden Lebenswandel, und wer darauf beharrt, gegen seine Biologie anzugehen, wird verschiedene Pathologien entwickeln, das ist klar. So lässt es sich auf der Opus denahen Website almudi.org nachlesen, Elose Gui über Transsexualität. Die Reporter von El Diario.es wollten mit Elose Gui gerne über diese und andere Perlen aus ihrem Munde reden, aber bis zum Freitag antwortete sie der Zeitung nicht, dafür sprach sie mit El Pais, Ich glaube nicht, dass ich die Sätze, die mir zugeschrieben werden, gesagt habe, erklärt sie da, sie werden sie verdreht haben. Im Netz lässt sich nun aber vieles nachlesen und, auch nachhören, was die künftige Menschenrechtsrichterin im Laufe der vergangenen Jahre gesagt hat. Etwa, dass die Transsexualität eine Krankheit, ein Leiden, eine Pathologie, eine Tragödie sei. Vielleicht meint sie das tatsächlich nicht böse, vielleicht denkt sie an das, individuelle Drama des Menschen, der entdeckt, im falschen Körper zu stecken. Dass es Betroffenen nicht hilft, zum Kranken erklärt zu werden, ist der Juristin offenbar nicht durch den Kopf gegangen, näher zum Thema Frankfurt. Demo gegen Demo für alle auf die Frage, ob auch die Homosexualität aus ihrer Sicht eine Pathologie sei, antwortet Elose Gui im El Pais Interview ausreichend, Nein, ich glaube nicht, dass die Homosexualität Pathologien verursacht. Aber, an die homosexuelle Treue glaube sie nicht, das schreibt sie in einem Buch aus dem Jahr 2002, 2002, das homosexuelle Verhalten sei, wie man weiß, viel zwanghafter und führt dazu, eine große Zahl von Partnern zu haben. Skeptisch äußert sie sich auch über den Gebrauch von Kondomen, die, nicht die Übertragung aller Geschlechtskrankheiten verhinderten und außerdem Vergewaltigungen begünstigten, und Sexualkunde für Jugendliche solle es nur mit dem Einverständnis der Eltern geben. Elose Gui ist mutmaßlich Mitglied der als konservativen katholischen Laienorganisation Opus Dei, das sei, aber eine Frage, die zum Privatleben gehört, sagt sie im El Pais Interview. Sie glaubt trotzdem, eine gute Richterin sein zu können, sie werde sich, an die geltenden Normen halten, unabhängig davon, was ich denke. Etliche spanische Politiker und Aktivisten denken anders und haben sie am Freitag zum Rückzug aufgefordert. Alberto Gaffern von der Vereinten Linken fasste das Unbehagen so zusammen, sie spiegelt nicht wider, was Spanisch ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017